Am Eesen und hier weiter ist ja der Weg da runter einen Weg runter und hier weiter und hier ein Weg und hier geht ein Weg runter glaube ich und hier jetzt geht der Weg hier runter und hier oh ist das hier von der Landschachtschule und hier 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 Giesen, siehste, Hildesheim acht Kilometer, Saarstedt Hannover, geht das hier geradeaus. Saarstedt 4,5 Kilometer, das ist nicht weit. Das ist so fun. Vielen Dank. Vielen Dank. So leicht grau, es gibt bald wieder Regen. Ist nicht ganz weiß. Ist noch weiß, aber wird zitschen Feuchtigkeit wieder. So leicht grau, es gibt bald wieder Regen. 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 Schachtstraße. So leicht grau, es gibt bald wieder Regen. So leicht grau. So leicht grau. So leicht grau, es gibt bald wieder Regen. So leicht grau. So leicht grau. So leicht grau. So leicht grau. Schuss, 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 schuss. Das sieht auch schön aus. Das steht ja dritter hier hinten. Der Bus. Das ist die Busse auf der Stelle. Das ist die Busse. 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 Die Busse. Das ist 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 die Busse. mal angucken kann ich die. Schön zu sehen. Oh, schöne große Tiere. Da ist eine Bank, das ist lustig. Mal gucken, was für den Weg da lang geht. Schön zu sehen. Aber auch nicht. Geht hier weiter. Okay. Zutritt verboten. Ist ja auch zu. Ist ja auch privat. Es wird eine Pause gemacht. Oh, die hat auf mich gewartet. Danke. Mit diesem Blick zu den Pferden hat man hier... So, Pause beendet. Jetzt geht es hier weiter. Mal sehen, was das hier für ein Weg ist. Ich bin auch noch nicht gegangen. Nach Saarstätten. Oh, hier ist schön kühl. Oh. Hier ist schön kühl. in der Schule. Oh. 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 Da fällt ein Bus von Zollstätten in der Hand aus. Oh, schön, ja. So eine Kirche, oder ist es da? Schiene hier, wir haben einen Zug gefahren, hier war ich noch nicht lang gefahren. Oder gegangen vielmehr. So ist der Rotschild. Oh, jeder lang. Verboten wie Fußgänger. Hier lang. Dann gehen wir da auch nicht lang. Nehmen wir hier ab. Ach, da ist verboten, geradeaus. Geradeaus ist verboten. Nehmen wir hier lang. Hier geradeaus ist verboten zu gehen. Die laufen ja auch hier durch. Oh, ist das hier schön. Das ist auch gefährlich hier. Oh. Oh. So. 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 So, so. So. So, so. ist ein schotterweg und dann reicht das auch für heute das ist ein schotterweg Ne, den mitte ich hier auch noch nicht. Neue Ecken hier können. Hier ist man Zug gefahren. Schade, das ist alles hier so verwahrlost jetzt hier. Schöne Umgebung hier. Danke. 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 ein schönes plätzchen wasser ist das hier schön was die denn musste aber war mir hier rauskommen wo ich bin hier geht aber die innerste lang wenn das möglich ist den weg hier weiter ich scheine weiter zu gehen seewiese hier ist eine bank mal gucken welchen blick eine bank diesen blick kleine pause was trinken so jetzt geht es wieder weiter ich gehe gar nicht denn so viele wege hier nämlich am innersten ist das hier oh ist das hier hübsch so an der innersten entlang das hier hübsch Oh, so schön hier. Oh, Natur. Eine schöne Wanderung. Oh, ist das sehr schön. Oh, nee, du kommst ja mit mir. Dieser ist ja immer bei mir. Diesen Blick von der Bank. Und mehrere Banken. Das ist ja immer bei mir. Das ist ja immer bei mir. Ja, hier ist auch abhängig. Tatsache. Den Weg habe ich von da hinten mal gesehen. Aber langgekommen bin ich den hier noch nicht. Oh, schön. Kein Mensch hier lang. Fahrradfahrer. Komm, oder? Fahrradfahrer. 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 Na, wo schon mehrere mit einem Rad unterwegs. Fahrradfahrer. Oops. и動л Ja, da ziek mir noch bei mir schn Totten. schatten das ist auch neu hier setze ich mir ein bisschen an der innersten ein bisschen abkühlen das handy tanken noch saft drauf und das ist hier schön schön sitzen hier merkst du gar nicht die wärme von da bin ich gekommen hier will ich dann weiter ein blick so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay. 1914 die innerste jetzt geht es so langsam nach hause die innerste ist ein blick hier kann man eine pause machen und hier kann man weiter nach gießen wandern naturschutzgebiet rote fünf kilometer